fucking hell is challenging man ja alles klar nee danke viel dann danke für die aktion das war ich übrigens habe ich die karte schon gekippt dass wir uns nicht gegenseitig überfahren haben in die luft gesprengt habe abgefackelt haben der radioaktive seuchtung gestorben sind ein wunder bei den gebietern die räte sind sie ermordet von den brutes diese treulosen bestien die propheten hätten ihnen nie trauen dürfen die Ihr Kumpel, wo will er hin? Zur Erde, um zu beenden, was wir begannen. Und diesmal bleibt keiner von euch zurück. Dieses Gebäude in der Stadtmitte ist ein Blutsväterschiff. Und Wahrheit ist dahin unterwegs. Wenn er die Allianzflotte zur Erde führt, hat sie keine Chance. Sie müssen ihn stoppen. Dieser Brut hat den Index. Und Miranda und Johnson. Er kann den Ring aktivieren. Tut er es, sprenge ich den Reaktor der In-Ember-Klet wie bei der Autumn. Die Wucht zerstört die Stadt und den Ring. Nicht gerade originell, aber wir wissen, dass es klappt. Nein, ich will keine Fernzündung riskieren. Ich muss hier bleiben. Ja, die, die da drin sind... Ne, ich versuch's nochmal auf Deutsch. Die, die da drin sind, sind nicht gut. Für uns? Überall in der Stadt landen von der Flatt kontrollierte Schiffe. Ja, da sind man sie habsichtlich. Der Reaktor unter der Bibliothek, dieser Gravemind hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Den Ember-Klet war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Jetzt zieht dein Leitungswohl in diesem Tor mit dem Schiff verbindet. Gehen sie wieder hinein. Ich führe sie hin. Ja, der eine hat auf jeden Fall Verschaffung. Achso. Hast du gar nicht wirklich gekriegt, was? Ne, ich bin... Ich gucke auf die Pelicans. Lass dir da ruhig die Brutes kaputt machen. Die sollen ein bisschen gegeneinander kämpfen. Brutes sind tot. Nice. Sehr einfach. In der Bibliothek, dieser Gravemind hat uns nur benutzt. Wir haben nur eine Ablenkung. Die in Ember-Klet war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Tor mit dem Schiff verbindet. LOL. Hast du gesehen, wie sie rausgeschmarrt sind? Ja, Mann. What the fuck? Der wiggelt da Zeugsroh. Und jetzt? Du hast keine Arme mehr. Oh, ich mag die Waffe. Sie macht nicht viel Schaden, aber der Sound ist einfach so, oh, Sam macht. Das Team, weiß ich. Ich bin nicht. Warte, welche. Und da rennen wir rein. Die MP. Ich find die MP geil. Der Sound ist einfach awesome, nice. Ja, was willst du jetzt tun, ne? Hey, da ist ein Schiff. Warum nehmen wir das? Ist gestorben. Was? Digga, warum nehmen wir das nicht? Oh, da ist ein Schiff. Oh, da ist ein Schiff hier drüben. Genau. Wo ist eigentlich hier die... Die... Ähm, ein Raum mit Schwerter. Ein Raum mit Schwerter. Oh, da könnte man actually rein. Wow, okay, guck. Guck. Ja, das ist ein Halo 16. Halo 16, ODST. Das spielt zwischen... Zwischen hier und einer anderen Situation. Landen hier ODSTs runter und die helfen uns. Da liegt eine Schrotfrente, wenn du die willst. Ja, gerne. Bist du mit dem Schwert unterwegs? Ich bin mit dem Schwert unterwegs, echt. Dann nehm ich die mal. Aber traut... Achso, ja. Ja, nehm ich... Ja, nehm ich... Ja, nehm ich... Ja, nehm ich... Willst du mich erschlagen müssen? Willst du mich erschlagen? Theoretisch. Das ist halt herrlich. Das ist so schön. Den besten Tripp den hierhert. Alles pink. Ja, bro. Wir sind nachgespawnt. Oh. Oh, hier ist ein Sniper. Soll die Flood unsere heilige Stadt verschlägen? Ich nehme einen Sniper. Soll High Cherry auch zu einem ihrer verödeten Bauern wehren? Ja, soll es. Die scheiß Dings. Kein Feind hat jemals unserer Macht getrotzt. Auch die Flutzer versagt. Ich werde tun, was ich kann, um die Startsequenz zu verlangsamen. Aber... Ich seh den da... Der springt einfach runter. Der springt einfach runter. Für ein Allianz-Konstrukt ist das ziemlich eindrucksvoll. Ja, dann springt runter. Ist okay. Okay. Ich lasse dich jemals durchstehen. Er steht wieder. Nein, du hast einen Biss. Mhm. Okay. Ja, wie das damals aussah. Side House sieht. Herrlich. Das ist der krasseste Motherfucking Blood Dude, den ich jemals gesehen habe. Da komm ich nicht. Aber der krasseste. Ah, der hat Schilde. Oh, der hat Schilde. So, ich geh mal rüber. Ja, guck mal, ob ich sterbe. Im 2. Im 2. Im 2. Im 2. Im 2. Im 2. So, das habe ich nicht. Ich komme. Aber das sieht so gut aus. Obwohl ich früher auch. Ja. Ja, genau. Ich bin auch noch Schilde, weil ich stehe hinten. Guck an, wie sie leichte, leichte, schon, ne, schon anfangen, über, überzunehmen. Eeeh. Ja. Oh, die Stimmung hier ist aber richtig gut gemacht. Schöner aufgegriffen. Okay, definitiv. Ich stehe mal ein bisschen weiter zurück, ich will gucken, ob die Tür zugeht, da. Ne, da nicht. Ich stehe gar nichts. Der Typ hat halt vier Hände irgendwie gleichzeitig. Aua, come on. Echt jetzt? Hier. Oh shit. Vergessen. So muss ich euch killen. Wie killen? Was ist die denn? Ich bin ja nicht von rechts. Okay, ich bin vorne. Ich bin da unten. Ich bin da unten. Also schick die mal zurück. Wenn so ein Brood ausrastet Nicht jetzt Uff Okay Ja ich habe das Schwerk gehört Weißt du das? Das ist hinter mir gezogen Ich sehe halt echt nicht viel Drück mal 4 Holy shit guck dir das an Was ist das für ein Unterschied Was denn? Das ist halt richtig geil Endlich hat mal dieser scheiß Taschenlampe ne Funktion Aber das sieht halt schon heftig Je tiefer wir reingehen desto Desto mehr Verwesung desto mehr Flattteile Desto mehr haben sie schon infiziert Gott sei Dank seid ihr blind Oh Freunde der Oh Oh fuck Hinter uns Ich habe mich aber Keine Ahnung Auf dem Radar siehst du irgendwie gar nichts Ich habe auf dem Radar tatsächlich auch nichts mehr gekriegt Lass einfach durchgehen Ne ich stelle mich hier mal in die Ecke und alles was kommt schrotig weg Ah von da kommen sie Achtung schrot Ne die kommen ja von hinten Das ist ja das Hauptproblem gerade Deswegen sag ich ja lass einfach durchlaufen Ja durchlaufen und Ist das ein neuer Halo 3? Ne das ist Halo 2 Den zocken wir gerade nochmal wieder durch Okay Nicht beachten Einfach nicht beachten Alles gut Ach die brechen das auf Der Schmerz ist geil Ja sorry Die Schrotflinte ist aber einfach trash in Halo 2 Also die ist furchtbar Also das ist Das ist ja Hier kommen sie schon mal nach oben Wo? Oh mein Gott schon mal verliebt Oh mein Gott schon mal verliebt Also bei den Gegenden funktioniert das gut Hier in diesem blauen Talender Springen sie raus ja Ja da springen sie raus Ja da springen sie raus Ja da springen sie raus Echt dieser Schrotflinte Dude Ja Ja die geht es genauso wie mir Ja du lass in der Ecke hier werden sie verweilen Verchillen Verchillen Müsst ihr jetzt auch Schilde bekommen haben dann? Okay er hat Ich hab ihn Tischrotflinte weggenommen Pankt Achtung die sind schon Kalten Brutes Der Schmarotzer hat die Blutsväter nicht besiegt Uns bekommt er auch nicht Unser Sterntes Hab ich keine Munition Dieser ist gar offen An den Kreativen Sie werden auf der Stelle tot sein Deren wir in verdammtsorten Endlichkeit erleiden Ich habe dafür kein Bewusstsein mehr Lässt du sein Ich sagte das lässt du sein Du bist du Ich zerstöre Leichten Die sich gerade wieder zurück Und hier Ich hab nichts auf den Schrauben Ich hab nichts auf den Schrauben Ja ich hab nichts auf den Schrauben Dann mach ich auch das was ich kann Man geht in einem Raum mit einem Schwert Äh Lass mal wieder kurz zurück gehen Wobei Müsste das nicht der heilige Raum sein Noch eins weiter Ich glaube ich weiß Ich weiß welcher gemeint ist Ich glaube 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 ich weiß welcher gemeint ist Eigentlich absolut verloren Aber wir übersehen den eigentlich nicht Das ist eigentlich nicht Nee ich meine Schwerder Schwerder übersehst du nicht Also Partikeldinger sind so Boah noch mehr So sah es früher aus Für die Zeit total okay Aber jetzt Es war richtig so Klipprig ne Man kann die Feuchtigkeit förmlich spüren Beim gucken Ja ich schmecke sie gerade Moment was Zum Fingst war Es höre wer von Furcht ergriffen ist Ich bin der Prophet der Wahrheit Ja da fliegen gerade ein paar rein Wie So echt jetzt Der Kleine springt den einfach an Und dann ist er tot Ich sehe so wenig ne Er ist schon tot Hat er noch gelebt? Beide um fucking neust Schieß einfach Es bewegt dich Ist gut Wir sind bei der Flood Ob es lebt oder tot ist Das ist so ne Sache Da ist Grenzwert Ja Ja Die sind einfach Die Verkörperung Der Ding Theorie Links hoch Hier müssten eigentlich Diese Schwerder sein Von denen dann geredet wird Ah Warte noch Na 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 Ja ja Wir müssen hoch Ich hätte gelacht wenn der Licht runter wäre Aber Eine Geschwindigkeit darf es doch schon haben Nee Das ist für den dramaturgischen Auftritt Muss es nicht so schnell sein Ja wobei früher ging es da aus Siehst du das ist Das ist jetzt beispielsweise ein bisschen zu hell Das meine ich Die brechen ein bisschen ihre Stirnmittel Aber auf ne gute Art und Weise Lass das Auf Aber wir haben hier Die richtig krassen Brutes Ich spring mal hier in die Ecke rein Ich bin davon überzeugt Das hier eigentlich noch Äh Was ist von mir? Ich bin jetzt bei mir Oh mein Gott Die haben jetzt ein paar Beißig Hier in dem Raum? Echt jetzt? Ja schon war ja Warum kämpfen? Ach ja natürlich Ne doch nicht natürlich Warum kämpfen die Grunts hier mit denen? Ha überlebend oder? Überlebend Bring einfach in diesen Teil rein Da bist du safe Ja hab ich gemacht Ja Tochter Ja Tochter Oh Gott Ja kommt sie Komm zu dir Na To Here I am Der hat mich vorhin getötet Ja der hat mich vorhin getötet Wow Spring einfach da rein Da bist du safe Ey was meinst warum ich grad wechseln wollte Ja 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 Faule Ausrede jetzt im Nachhinein Da ist drauf Okay Ruhig man Okay hinter mir Achtung da Komm da Diese Krise ist nicht unser Ende Es ist nur eine letzte Hürde Und erreicht Und er erhüllt uns Danke Gerda Geh weiter Komm Wir müssen diese Schwerter sonnen Ich springe einfach rein Und das sind Fünf Brutes Ja Das ist der Raum Das ist der Schwerterraum Überall in High Charity kämpfen Brute und Elite Schiffe gegeneinander Äh Darf ich es aufnehmen Hier fällt bald nichts mehr einschieb Ich kann die Startsequenz nicht mehr lange verzögern Der nächste Lift bringt uns um Kleidungsrohr Beallung Ne warte das war der Eingang Ah das ist Das sieht doch stark danach aus hier Jawohl Ja okay nice Alright let's get ready Let's go 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 The history of the Arbiter Is one of both legend and infamy Their name has been corrupted by great shame Though the contemporary is perhaps the most confounding of all Thel Vadami was born of noble blood The legendary house of Vadam His family's renown demanded great expectations for his military career And he would meet them all One of the youngest to achieve the status of shipmaster And one of the youngest to gain the rate of supreme commander In our campaign against the humans Few have risen to renown as Vadami World after human world All laid low for the sake of the great journey But then came Halo Shame unto shame He failed his greatest charge And the sacred ring was desecrated By such disgrace Thel Vadami became the Arbiter As a mere scribe I do not challenge the word of the Hierarchs But I would be remiss not to voice concern This Sangheili should have been put down Publicly slain as an example to all Of our prayerful expediency With the discovery of a second ring And the changing of the guard All things are in jeopardy Will this Arbiter remain loyal? Or will he stand with his people as they are abolished by our new found might? I would never openly challenge the divine proclamation of a Hierarch But this Arbiter is a risk I would not have tolerated And I now fear the days of the covenant I have to remember That's a great thing That's how I feel Yeah, the story is just a lot of me Mega-geil Mega-geil That's how I feel That was the story of the Gavita In principle That was really good from the beginning Yeah, exactly That was really good from the beginning Good Good He was the supreme leader He was the leader He led the fleet That actually should have the first Halo ring You should have an defense And the rest can't be seen And the rest can't be seen What else did he have here? I think here That came here Where did he come from? The head Ah, there would have been a shell LOL Fuck Huh? Have you seen him? What? Where do you see him? If you go down and hike You would be on the lift Here at the shell gewesen hätte man hier habe ich gerade gesehen aber bitte nicht ich habe es nicht aktiviert also es gibt eine erklärung dafür ich bin nicht von der map runtergefallen ist die zeit unserer entwelt stehen alle hier ich muss mich um den in die bist du eigentlich okay also aber das hier ist erstaunlich sie nutzen die kriegwerke des blutsvater schiffs als energiequelle für die stadt das schiff startet eigentlich nicht es löst sich viel mehr es koppelt sich von highcharities energie jetzt ist die zeit unserer menschen die zeit in der wir werden wie die götter ok dann habe ich diesmal nicht direkt die allianz ist geschickt damit die technologie der blutsvater zu entfremsen aber das hier ist erstaunlich die luft ist ein paar zeichnen was die energiequelle für die stadt all right wie rechts noch ein scharf jetzt jetzt ist die zeit unserer entwelt die zeit in der wir werden die allianz ist geschickt damit die technologie der blutsvater zweck zu enttreppen aber das hier ist erstaunt wir nutzen die triebwerke des energiequelle für die stadt das schiff startet eigentlich nicht es löst sich viel mehr es koppelt sich von highcharities energie ach es koppelt sich ab so so halten sie den profeten auf das ist alles was zählt jetzt ist die zeit unserer entweltlichung die zeit in der wir werden ich renne wir halten ihn auf let's go 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 hin dran ich stehe hier so wisset nur eine letzte Anstrengung verbleibt schief wenn sie aufbrechen viel glück wenn ich mit wahrheit fertig bin keine versprechungen bitte wenn sie sie nicht halten können die große reise ja wo steht der Sturman hier? in einer Gefängniszelle nice so jetzt irgendwo